Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal gesund und fit vorbeischaust. In diesem Video verrate ich dir die Zauberstoffe in unserem Gehirn. Was haben Menschen gemeinsam, die viel Spaß bei der Arbeit zeigen und diese locker vom Hocker verrichten? Gleichzeitig sind sie erfolgreicher und unternehmungslustiger, ihr Fokus richtet sich immer auf die schönen Dinge des Lebens. Diese Menschen haben einen hohen Anteil der sogenannten Zauberstoffe im Gehirn. Und zwar Topamin, Adrenalin und Serotonin. Diese Hormone solltest du also immer in genügender Menge in deinem Gehirn haben. Wie das geht erfährst du in einem meiner nächsten Videos. Bleib also dran, schau einfach mal wieder hier bei mir vorbei und abonniere meinen Kanal. Es lohnt sich. Bis bald und bleibt gesund und fit. Dein Günter Füllmann